Moin Moin Heute... Jazz Hallo Microwalls Und es geht los Ding über dieses Spiel Es ist... Nicht das gewöhnlichste Zum Beispiel, man hat keine Klassen Hehe, es hat einfach keine Klasse Sondern man hat ständig und immer Zugriff auf jede... Waffe Das hier ist grad... Nur gegen Bots, aber einfach nur zum Klären Dann wird es reichen So, da ist jetzt wenig Leben Dann zeig ich mal den Hammer Oder je nachdem was es sein soll Es hat einen fetten Angriff Und natürlich... Natürlich einen kleinen Ah, es hat einen kleinen... Ah, ich bin so lustig Und hat... Ich würde sagen, das Maschinengewehr Shotgun, Sniper Das wirkliche Maschinengewehr Einen Raketenwerfer Und einen Granatwerfer Also... Die volle Bandbreite an... Kampf... Kraft Gesterbt Gesterbt Ah, geht doch So... Ach, F*** nicht So... Dann... Einfach mal vorführen, was es gibt Das dauert Das dauert immer ein bisschen lange Dauert halt immer ein bisschen lange, bis es... Anläuft, aber dann... Ist man eigentlich ziemlich gut dabei So, jetzt am Anfang können wir immer noch die Sniper benutzen Möglichst immer Kopfschüsse geben Möglichst immer Kopfschüsse geben Ja, ob das jetzt ein Kopfschuss war Weiß ich nicht, Spiel, aber... Danke für deine Großzügigkeit So, klappt auch gut So, was machen wir jetzt gegen die... Ich würde sagen... Shotgun Eins... Zwei... Na, F*** Nein... Hammer Halt's mal ins Gesicht So, was man links oben sieht Das sind... Ja... Man kann sich Ammo kaufen Leben... Feuerkraft und sowas... F*** dich Weil das halt auch im Laufe des... Dieser... Botche Wellen... Halt mal alle geht Wie man sich vorstellen kann So... Ja, ich hab'n größeren Penis als du Gut... Ich denke, ich werd' mir jetzt auch mal... Was kaufen... Oder? Ne, eigentlich hab' ich noch Ich hab' noch reichlich Also immer, als ob die Gelben... Die sind... Hüftiger Und meine Waffe ist leer... Und das... Check ich natürlich nicht... Ich geh' natürlich auch... Dementsprechend mehr Punkte... Und da oben ist noch dieses wichtige Ding... Das schießt... Scheiße... Das Ding hat natürlich auch Leben... Und das... Ist ganz schön... Überpowert... F*** dich... So... F*** dich... Ich nehm' ja nicht rum... Ach... Geht doch... Wir haben ja noch diese... Ha... Ich hätte ja nicht da oben bleiben können... Bisschen cheaten... Kann auch keinem schaden... Verstehe... Verreckt... Verreckt hier noch mehr... Und du erst recht noch... F*** dich... So... Ich würd' mal sagen... Amo... Ein bisschen Leben... Pff... Das andere... Weiß ja nicht... F*** dich... Wo kann der denn jetzt her... Erstmal die... Die sind dann gefährlich hier... Geht doch... Ach... 25 Punkte... 25 Punkte... Ach... Ach... Die sind dann gefährlich hier... Ach... 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 Mach schon... Rauch leer... F*** dich... Ins Gesicht... Ins Gesicht... Ins Gesicht... Ins Gesicht... Ha... Der hätte sich anders gewollt... So... Wieder ein biß'n Leben... Was? Okay, man muss sagen, ich habe noch nie so weit dieses Spot-Ding gespielt, weil es einfach ein bisschen langweilig fand. Und das ist gerade ein bisschen neu für mich, und ich bin auch relativ ruhig, weil ich mich gar nicht mehr verletzt habe. Übelst konzentrierend gerade, obwohl es eigentlich mega einfach ist. Oh, ein bisschen Leben wäre nicht schlecht, ne? Komm schon, Leben? Nein? Danke. Nehmen wir mal ein bisschen die krasseren Schütze. Was ist das mit einem krasser Samurai? Komm schon. Danke sehr. Komm schon, Leben! Leben! Ich bin so derb am Arsch. Komm schon. Kann doch nicht sein. Danke. Okay. Auch leer. Good job. Uh, das war knapp. Ach, nicht wieder so ein Ding. Das bringt mich immer um. Oh, um. Okay, wir hatten wir das geklärt. Vielleicht nächste Mal. Was? Phase 9 von 10. Ja. Egal. Neuer Rekord. Schraubflinzer. Gatling. Normalerweise habe ich immer mit dem Gewehr die meisten gekillt, aber... Naja. Nein, ich möchte nicht nochmal Single-Welle spielen. Gut. Schach. Schach. Ich möchte Schach spielen. Ja, definitiv. Komm schon. Schach. Ah. Komm schon. Da. Sehr gut. Bereit. Starte. Ja, doch. Gut. Jetzt werden... Hintern versohlt. Diesmal keine Bots. Und das war auch nicht mein Kill. Und der Typ ist überpowered. Gut. Jetzt müssen wir einfach den guten alten Skill rausholen. Mal gucken, ob ich den noch hab. Nein, hab ich nicht. Ah, doch. Tja, damit hat er wohl nicht mehr gerechnet. Was ist das für einer? Och, fucking Schild. Gut. Der ist... Mega überpowered. Jetzt mal ein Level 19 gegen Level 5. Mhm. Jaja. Ich glaub, wir suchen uns gleich nochmal den Beginnerserver raus. Komm schon. Komm. Lauf mir vor die Flinte. Lauf mir vor die Flinte. Lauf mir vor die Flinte. Tot? Och, fick dich. Hier komm ich auch nicht ins Zug, ne? Komm schon. Malz. Lauf. 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 Fick dich. Malz. 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 Garten. Einfach mal Garten. Mir gezockt, aber Garten. Garten klingt gut. Hallo? Ah. Ja, so ist es besser. So natürlich auch. Wo geht's lang? Ich hab keine Ahnung. Hallo? Hallo? Jemand da? Und draußen weint ein Kind und ich bin so herzlos und ignoriere es. Oh, meiner, meiner. Ja. So, das ist viel besser. Hallo? Kommt mal jemand? Ich möchte Leute halten. Danke. Hey, hey, guter Schock. Ja, man sieht auch, die lassen immer so Sachen fallen. Das kann Munition sein, Leben sein. Manchmal sind es auch Energiebatterien. War es auch meiner? Nein, war nicht meiner. Kann halt allerhand Zeug sein. Und wenn ihr Glück habt, ist es richtig gutes Zeug. Oder wenn ihr es schlecht habt, dann habt ihr den falschen Deal erwischt. Hohoho. Ja. Komm schon, komm schon. Danke. Nein, ich wollte gar nicht runter. Nachladen. Fick dich doch. Fick dich. So.